ARD Text im Auftrag von Funk Fangen wir doch mal an Alter, ja, 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 schon klar Was ist denn der neue Titan? Mhm Okay Ach, ich kann ihn mir die sogar kaufen Wer ist denn besser? Mhm Okay Ah, ich probier mal die Alter, sieht die komisch aus Mhm Toll Okay, Live-Kampf Ich bin hier eine ganze Minute nur am rum Blubbeln Nein, nicht Start Start Okay Ich werde jetzt zwei Live-Kämpfen machen Das habe ich schon gesagt Ähm Ja, ähm Spellbinder, Spellbinder, Spellbinder Das kommt auch nicht so oft Ich habe einen Videoplan Den kann ich, wenn ihr möchtet Irgendwann mal veröffentlichen Ähm, also das ist kein offizieller Sondern nur für diese Woche halt ein Videoplan Ähm Weil das halt so ist Ähm Ähm Ja, also ich weiß genau, was wir machen Gut, ähm Ich will mal ein bisschen die neuen Karten ausprobieren Weil die sehen ja Wirken wie ein bisschen cooler aus Ach, das sind gar keine andere Hm Aber die sehen cool aus Haha Hm Okay, ähm Hm Ähm Ich sollte jemand das hier machen Und vielleicht auch noch das hier Ja, komm Es lohnt sich Ähm Hm Die Au Da ist ein Holzmann Ähm Alter Falter Ähm Please, please Ja Von den Friesen Mach Nein Aus Nein Dieser kleine Dumme Typi Ist richtig Krass böse Wieso habe ich da jetzt Hacks Naja Ähm Alter Okay, ich gewinne sowieso Aber egal Okay, das ist ein bisschen bitter für den Okay, das ist ein bisschen bitter für den Ja, gewonnen Haha Okay, ähm Yay Gewonnen Äh, das ist Gut Okay, dann noch eine Runde und Ja Okay, das ist hier ein vorproduziertes Video ist es gerade Okay, nicht richtig vorproduziert, aber es ist gerade Donnerstag Ähm Ja, der Ja, der Trans-20ste Aber okay Hm Noch ein Live-Kampf Ja, wir können meinen Computer nicht hören, weil irgendwie habe ich den aus Versehen angelassen Der kommt aus welchem Land? Egal Oh ja, okay Das sieht krass aus Das Interface Oder was auch immer das heißt Ich habe keine Ahnung, wie sowas heißt Naja, ich benutze erstmal den Bäcker Oh nein Ah, stopp Der kommt da an Der kommt da an Wieso sind wir neben Hacks? Oh nein, der tut schon halt Hallo Nein, nein Ist mein WLAN weg? Nein, mein WLAN Ah, gut, 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 gut Ähm, äh Also, äh, hier Oh, das ist okay Das wäre jetzt dumm So Ich kriege erstmal eine Nachricht Die ich euch natürlich ausblenden werde Ähm Hm Aus Hm Haha Alter So Ähm Okay, ich komme nicht mehr zurecht Hm Äh, der bekommt hier einen Claim Hm Okay, ich gewinne noch immer Aber egal Nein, tot Der kommt, ähm Okay, das war jetzt dumm Du bekommst hier noch ein paar Leben Und du wirst hier mal ein bisschen Nein Okay, bitte, bitte Yes Okay, ähm Es ist relativ erfolgreich sogar gewesen Ähm Ja, komm Ich mache noch Hm Ich mache noch einen Kampf Ein einzig Und, ähm Dann ist Schluss Weil ich bin gerade relativ Gut Nein Was hat Nein Pfff Nicht wieder dieses komische Spiel Geh weg Geh Ja, gut Ähm Gut Gut, ähm Dann Der letzte Kampf Weil sonst würde das Video irgendwie um die 6 Minuten nur dauern Und das wird ein bisschen Biesel, Biesel, Biesel Zu kurz Äh Ja Hm Okay, ähm Das ist ein relativ altes Projekt Und hatte mal irgendwie mal wieder Bock Das mal wieder irgendwie anzufangen Weil das irgendwie ein cooles Projekt ist Äh, nicht Projekt Was labere ich hier eigentlich Ähm Ihr wisst, was ich meine Das ist irgendwie bitter Tschö Ups, das war jetzt irgendwie dumm Äh, der Kolosser Oder wie auch immer das Ding Ist da wo es Wieso habe ich das hier Nein Okay, das ist sehr, sehr schlecht Äh Wage, Wage Ach Gott Oh nein, nein, nein Aus Nein Alter Ich kriege hier die ganze Zeit irgendwelche Benachrichtigungen Hm Also, du bist tot Ähm Ich brauche Sachen Alter Ich Alter Ich 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 muss diese Kanonen wieder umdrehen Weil ich stehe gerade wirklich Nicht gerade so gut da Wenn man das Ach Gott Jetzt überall sind diese komischen Hacks So Hm Life So, nochmal ein Sandstorm Nein Da Okay Freeze Alter Okay, das war sehr knapp Das ist sehr knapp Und ich habe verloren Und ich habe verloren Nein Bitte nicht Tu mir sowas nicht an Nein Oh nein Nein Ich habe nur noch acht Leben Äh So Das muss sein Hm Alter, was ist das denn? Das ist ja richtig krass gut Okay Oh, der kommt sogar aus Deutschland Hm Also was Neues Pff Wie das Ah Wir hatten so viel Erfolg und dann das Oh meine Katze Ja Gute Katze Schade Aber es war trotzdem Ganz gut Gut Ich hoffe euch hat das Video gefallen Wenn ihr ja Last Lektor Wenn ich dann nicht Und Ähm Ja Bis zum nächsten Mal Ja Lilli Bis zum nächsten Mal Und Äh Ja Schönen Mittag Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö